So, erstmal herzlich willkommen hier zum zweiten Tag des Children of the Sea Kite Festivals. Wir haben hier 10 Uhr morgens, es ist Freitag und gestern Nachmittag gab es noch ordentlich Action und zwar hat sich unser Rider Timo Riemenschneider bei einem Tow-Up ordentlich hoch in die Lüfte ziehen lassen. Das könnt ihr auch auf YouTube noch nachgucken. Das ist hochgeladen. Ich habe hier an meiner Seite Oliver Behnke, der Direktor der Tourismuszentrale hier von Fehmarn. Erstmal vielen Dank, dass du da bist. Vielen Dank, dass wir die Ehre haben, mit dir zu sprechen. Und genau, erzähle einfach erstmal so, was so deine Aufgaben sind. Ja, ich bin hier für den Tourismus in Gänze auf Fehmarn zuständig und auch teilweise ja mitverantwortlich. Wir haben hier auf Fehmarn 1.500 Vermieter, ungefähr 32.000 Schlafgelegenheiten inklusive unserer Campingplätze. Wir supporten unsere Vermieter. Wir bauen hier Radwege, wie auch diesen direkt hier vor der Bühne beispielsweise rund um die Insel, führen Veranstaltungen durch, ziehen die Kurabgabe ein. Das sind auch insgesamt über 4 Millionen Euro zum Beispiel, die hier auf der Insel anfallen und unterhalten verschiedene Strände natürlich auch für unsere Gäste. Und machen alles, was mit dem Tourismus zu tun hat. Planen auch beispielsweise zur Zeit auch eine Seebrücke in Boktiefe, sowie andere Orte, die das auch haben. Bauen da gerade einen Aussichtsturm, der fertiggestellt wurde. Kostet auch mal eben eine Million. Aber das zahlen alles letztendlich größtenteils unsere Gäste über die Kurabgabe. Ach krass, okay. Und das klingt auf jeden Fall schon nach einigen Plänen und dann natürlich separat auch noch den ganzen Wassersport, die ganzen Events und ich glaube Konzerte veranstaltet ihr ja auch teilweise, habe ich gehört. Ja, verschiedene Konzerte überall auf der Insel, aber wichtigstes Thema bei den Veranstaltungen sind natürlich größere Events. Und dazu zählt natürlich auch der Wassersport. Und gerade dieses Event, wo die Szene sich trifft, also von Kiter in für Kiter, war für uns wichtig, dass wir dann auch das mit unterstützen können. Und wir freuen uns, dass dieses Event hier an dieser Location stattfindet, erstmalig. Und vielleicht ist das ja der Auftakt für weitere Veranstaltungen auch in den Folgejahren. Das würde uns natürlich sehr freuen, weil wir natürlich das Kater Eldorado von Deutschland sind. Ja, man sagt auch immer oder hört öfters, dass Fehmarn eben das Kite-Mekka Deutschlands ist, weil letztendlich hat man hier häufig gutes Wetter. Es ist natürlich die Sonneninsel und dazu kommt, dass die Windrichtung keine Rolle spielt, weil es ist eben eine Insel. Und egal, welche Windrichtung man hat, man findet immer einen guten Kitespot, wo der Wind teilweise über eine Mole kommt, über eine Hafenmole, hier am Brink zum Beispiel über eine Steinmole, wohin dann natürlich perfektes Flachwasser zum Freestylen ist. Deshalb ist es uns eben auch eine Ehre, das hier am Brink stattfinden zu lassen, weil hier natürlich, wenn Wind kommt, optimale Freestyle-Bedingungen sind. Aber jetzt hast du den Kitespot auch mal angeschnitten. Wie groß ist letztendlich die Auswirkung auf den Tourismus? Man kann da wahrscheinlich keine festen Zahlen sagen, aber letztendlich, ich kann nur aus Sicht eines Kiters auf Fehmarn gucken, weil letztendlich komme ich hier schon jahrelang nur als Kiter hin und verbringe immer die Nächte an den Stränden quasi, auf den Stellplätzen und wenn Wind ist, geht es natürlich aufs Wasser. Aber ich sehe natürlich auch, wie voll die Kitespots sind und da scheint sich ja auch einiges zu tun. Ja, wir können also keine offizialen Zahlen nennen, wie viele Kiter und Surfer jedes Jahr hier auf der Insel sind. Natürlich hat der Kitesport den Surfsport seit einiger Zeit schon überholt. Und wir merken natürlich aber, dass die Kiteszenerie dazu beiträgt, dass das Image der Insel auch gefördert wird. Hier ist alles ein bisschen cooler und chilliger. Wir werden niemals so eine Hochglanzkommune werden wie andere Orte, sondern wir sind Fehmarn und wir finden es cool, so wie es hier ist. Wir finden es cool, wie ihr unser Image mit fördert, mit eurem Sport, mit der ganzen Atmosphäre, die geschaffen wird und darum wollen und werden wir das auch weiterhin fördern. Zahlen zu nennen, wie viele Kiter jedes Jahr nach Fehmarn kommen, das wäre unseriös, wenn ich es sagen würde. Das hängt ja auch von den Witterungsbedingungen ab und du sagst das ja selber, wenn der Wind richtig steht, dann knallen die Kitespots auseinander. Das ist dann halt so und das müssen wir dann auch mal aushalten, wenn da so ein paar Stunden Chaos ist und dann, wenn sich der Sturm wieder gelegt hat, dann ist auch alles wieder in Ordnung. Ja, es ist viel los, kann ich mir vorstellen. Und wie hat sich das so über die Jahre verhalten? Kannst du dazu was sagen? Also bist du schon länger auf Fehmarn hier tätig? Ich bin jetzt im sechsten Jahr hier tätig. Ich war davor auf dem Festland tätig, in Heiligenhafen. Kennt der eine und andere vielleicht auch. Bin jetzt sechs Jahre hier und wir haben hier viele Dinge angefasst. Hängt natürlich nicht nur mit dem Kitesport zusammen, sondern wir haben ja auch viel Urlaub auf dem Bauernhof, da sind wir auch Marktführer. Wir sind ein Campingtourismus-Marktführer und das sind dann natürlich auch so Dinge. 42 Prozent unserer Gäste hier sind auf den Campingplätzen, auf den 17 Campingplätzen auf der Insel. Das ist natürlich ein ganz wichtiges Thema auch für Fehmarn, aber das zeigt auch die Verbundenheit zur Natur, zum Wasser, auch zum Wassersport. Viele Kiter haben keinen Bock auf eine Ferienwohnung, die sagen sich ins Bulli, ins Reisemobil oder in den Campingwagen und dann hier direkt in Wassernähe den Sport ausüben zu können. Und insofern werden wir das auch weiterhin fördern und stützen. Und ich habe noch ein paar Jahre hier, denke ich mal, zu arbeiten auf der Insel und würde das gerne auch zukünftig supporten. Das ist doch schön. Das freut uns natürlich als Kiter sehr. Und deshalb auch dieses Event hier. Wir sind sehr dankbar für den Support. Wir haben hier eine Bühne. Wir haben das echt größer aufgefahren, als wir, also mit Abstand größer als letztes Jahr zumal. Da saß ich noch in einer Strandmuschel und musste daraus moderieren quasi. Und jetzt haben wir hier so eine große Bühne mit Sound, mit allem drum und dran. Dafür sind wir natürlich mega dankbar. Und eben vor allem, dass wir hier die Ehre haben, das erste zumindest Kite-Event hier am Brink zu machen. Waren hier schon mal andere Surf-Events oder Wassersport-Events schon mal? Das waren eher so privat organisierte und von Ausstellern organisierte kleinere Events. Aber bisher hatten wir noch kein offizielles Kite-Event mit unserer Unterstützung hier. Darum haben wir gesagt, es passt hier gut her. Es wird irgendwann in Burg Tiefe, wo wir einen Großteil unserer Events stattfinden lassen, irgendwann nicht mehr möglich sein, weil dort vier Hotels entstehen sollen. Auf der sogenannten Spielwiese dort, wo wir auch mal einen Kitesurf-Worldcup haben stattfinden lassen. Da werden irgendwann wohl Hotels kommen und auch die Seebrücke und dann ist die Fläche weg. Und Alternativen gibt es nicht so ganz viele hier auf Fehmarn, weil wir natürlich zu 75 Prozent umgeben sind von Natur- und Landschafts- und Vogelschutzgebieten. Und da sind wir gewisserweise eingeschränkt. Und hier ist so eine Fläche, wo es jetzt stattfinden kann, ist abgestimmt mit den Behörden. Da habt ihr ja auch maßgeblich euch daran beteiligt an diesen Abstimmungsprozessen. Und wenn das hier jetzt gut anläuft und ihr mit der Location auch zufrieden seid, ist, denke ich mal, das ein guter Auftrag auch für die Folgejahre, hier Kite-Events stattfinden zu lassen. Also das ist mega. Ja, auf jeden Fall, besser geht es halt nicht. Wir hatten letztes Jahr leider ein bisschen die falsche Windrichtung. Wir hatten Nordwind, das heißt, er kommt hier auflandig. Und somit konnte man hier immer noch gut kiten. Aber der Wind kam halt nicht perfekt über die Mole, sodass man gutes Glattwasser hat, Flachwasser. Aber es war trotzdem, ist halt eine mega Location hier am Ring. Gehe ich auch selber gern Privatkiten. Wie ist das, wie stehst du so zum Wassersport? Du hast ja schon gesagt, das Image, das ist eben cool, ist ja bekanntlich ein sehr lockeres Image beim Wassersport. Jetzt nicht zu glatt geleckt und, und, und. Wie sieht das bei dir aus, wie stehst du so zum Wassersport? Ja, ich bin selbst leider kein Kiter, weil mir dazu auch manchmal der Mut fehlt und manchmal auch die Zeit. Weil man muss schon ein bisschen ein paar Stunden mitbringen, wenn man ein bisschen Spaß haben will. Das ist hier in meiner Position an den Wochenenden immer recht schwierig. Aber ich bin satter, so. Auch da auch ein bisschen auf Geschwindigkeit. Gestern bin ich auch zwölf Kilometer gepaddelt und mache das auch nicht nur, um ein bisschen mich zu bewegen, sondern auch mal ins Schwitzen zu kommen. Und es gibt hier genug Möglichkeiten, rund um die Insel oder auch im benachbarten Festland mein Hardboard zu nehmen und dann loszupaddeln, genug zu trinken an Bord zu haben und dann auch mal ein paar Kilometer zu reißen. Das mache ich dann schon. Ganz früh habe ich auch mal gesurft, aber das habe ich auch schon seit einigen Jahren eingestellt und habe jetzt meine Leidenschaft zum Subman entdeckt und auch da gemerkt, dass man da nicht immer gleich am Geld sparen soll, wenn man sich ordentliches Material holen will. Das habe ich am Anfang natürlich auch den Fehler begangen und dann nach drei Monaten erkannt, wenn man gutes Material hat, bringt der Sport auch noch mehr Spaß. Ja, wer billig kauft, kauft doppelt, sagt man ja oft. Und so ist das beim Kitesport eben auch so ein bisschen. Wie ist das, wenn man um die Insel paddelt? Wie lange dauert das so? Das habe ich noch nicht gemacht. Das sind, also wir haben Küstenlinie 78 Kilometer. Ich denke mal, man bräuchte so vier, fünf Tage müsste man schon auf sich nehmen. Ich weiß auch nicht, wie die Strömungsverhältnisse sind, aber so am Tag schafft man das nicht. Hut vor dem ab würde ich ziehen, der das an Einflussung schafft. Ja, das ist schon gut. Okay, das habe ich ein bisschen unterschätzt. Weil man macht ja auch hier hin und wieder mal eine Radtou um Fehmarn zum Beispiel. Oder mittlerweile sind auch schon ein paar um Fehmarn rumgefäult. Das geht ja auch meistens bei jeglicher Windrichtung. Genau. Und zu guter Letzt noch einmal, Fehmarn, gibt es eigentlich Vergleiche oder vergleicht sich Fehmarn mit anderen Inseln zum Beispiel? Oder ist, ich habe mal eine Aussage gehört, Fehmarn geht in Richtung Mauritius zum Beispiel durch den Kitesport. Ja, also wir vergleichen uns natürlich erstmal in Deutschland schon mit einigen Inseln. Wir sind die drittgrößte Insel in Deutschland. Die einzige Insel an der Ostsee Schleswig-Holsteins. Und man guckt natürlich schon nach rechts und nach links. Was macht Sylt? Was macht Usedom? Was machen die kleineren Inseln? Aber wir versuchen natürlich unser Alleinstellungsmerkmal hier zu prägen. Und in der Tat wird Fehmarn auch mit Mauritius manchmal in einem Atemzug genannt. Und Grund hierfür ist natürlich Wind und Sonne, aber auch die Fläche des Stehreviers, das wir hier haben in der Orta Rede. Denke ich mal, kann man bei verschiedensten Windrichtungen gut und wirklich auch schnell kiten und surfen. Und wir sind natürlich stolz darauf, dass wir dann auch mal in einem Atemzug mit Mauritius genannt werden. Aber man guckt auch innerhalb von Deutschland natürlich, was macht der eine oder andere. Wir vergleichen uns nicht mit Sylt in dem Sinne, dass wir genauso werden wollen, sondern wir gucken schon, was machen die. Was ist in deren Zielgruppe? Gucken auch nach Rügen natürlich als größte Insel. Was machen die? Und wir finden da unsere Mittel und Möglichkeiten, dass wir mit Fehmarn dann auch unsere Alleinstellungsmerkmale haben. Wir meinen, dass wir im Wassersport da stärker sind, auch als unsere Mitbewerber in Deutschland. Und bei Urlaub auf dem Bauernhof, sagte ich ja schon, beim Campingtourismus, sind wir dort auch sehr, sehr stark. Und wenn man bedenkt, auch dass wir hier sonst so normal 14.000 Betten in Ferienwohnungen haben, ist auch dieser Sektor stark besetzt. Und insofern sind nicht nur unsere 17 Campingplätze ganz wichtig, sondern auch unsere kleineren Stellplätze. Gerade für die Bullifahrer, für die Kiter, die nicht wissen, wohin mit meinem Bus. Das ist ein ganz großes Thema, gerade auf Fehmarn. Das war im letzten Jahr ganz stark, als Meg Pom dicht hatte, die Nordsee hatte dicht, Dänemark hatte dicht. Und alles kam an die Ostsee, Schleswig-Holstein, da brannte hier richtig die Luft. Und dann mussten leider einige Maßnahmen getroffen werden, um das Ganze so ein bisschen zu ordnen. Aber einige Campingplätze haben ihre Kapazitäten jetzt erweitern können. Und darum sollte jeder seinen Platz finden, auch an der Stelle, wo er das darf. Ja, das fand ich eh bewundernswert, weil letztendlich, das war ja, ich will das Thema nicht groß anschneiden, aber von quasi kompletter Schließung zu Öffnung und mehr los denn je, schätze ich mal. Also aktuell, die Leute sind nicht mehr so viel am Reisen, wie sie es waren, am Flugreisen machen, sondern kommen hier auf die Insel. Aber aktuell war das jetzt erheblich, diesen Sommer, was hier los war, im Vergleich zu... vorherigen Sommern? Also wir haben im letzten Jahr ein ganz starkes Jahr, trotz dieser Einschränkungen erlebt. Wir haben die meisten Übernachtungen aller Zeiten hier auf Fehmarn gehabt, obwohl wir Ostern dicht hatten, Weihnachten dicht hatten. So, jetzt hatten wir Ostern dieses Jahr wieder dicht, werden aber sicherlich das Weihnachtsgeschäft mitnehmen können. Letztes Jahr war Fehmarn zu 49 Prozent ausgebucht und mussten wir die Gäste von der Insel schicken. Und das war Ende Oktober, das hatten wir noch niemals so krass. Und wir denken mal, dass dies Jahr ähnlich wird. Und wenn danach das Weihnachtsgeschäft dazukommt, trotz dieser Corona-Einschränkungen, denke ich mal, werden wir ein ganz, ganz starkes Jahr wiederbekommen. Also ich denke mal, auch so bestimmt so stark wie das letzte Jahr und wenn nicht sogar noch stärker. Okay, krass. Weihnachtsgeschäft ist das als Keiter? Es gibt natürlich so die harten Keiter, die auch den ganzen Winter durchkeiten, die auch bei gefühlt Minusgraden und Schnee aufs Wasser gehen. Ich gehöre leider nicht dazu. Ich mag es lieber, in wärmeren Bedingungen Keiten zu gehen. Aber wie ist das? Im Winter kommen da trotzdem noch viele Keittouristen? Oder es wird wahrscheinlich erheblich weniger, aber allgemein Tourismus? Ja, es kommt deutlich weniger natürlich. Aber die Freaks, die dann aufs Wasser gehen, das sind die ganz harten dann auch, muss man sagen. Also auch die im Januar, Februar dann rausgehen, dann stehen hier die Gäste und schütteln nur mit dem Kopf. Dann sagen nur, die spinnen. Und wenn das dann abgeht, dann haben die doch alle höchsten Respekt vor der Leistung, die auch da gezeigt wird. Und wenn die dann mit lilafarbenem Gesicht wieder an Land kommen, durchgefroren und sagen, geil, dann schüttel ich auch den Kopf, aber sagen, gut, wem es gefällt, ein Glück, dass diese Menschen dann auch auf die Insel kommen und auch ihren Sport dann weiterführen. Ansonsten haben wir ein richtig starkes Weihnachtsgeschäft, sind dann voll ausgelastet hier. Es ist Hauptsaison. Echt? Zwei Wochen lang dicht, kann man sagen. Das ist so ein Trend seit fünf, sechs Jahren. Es ist wirklich denn voll. Also in Deutschland Urlaub ist wieder sexy geworden. Früher hieß es so, wir in Deutschland Urlaub machen. Ging so. Mittlerweile sind die Orte dicht und auch Schaboyz ist oder Grümitz oder auch die Nordsee. Alles Spots, die zu Weihnachten super besucht sind. Lassen wir uns auch entsprechende Programme einfallen. Und dann gibt es natürlich eine ganz ruhige Zeit auch. Klar, der November ist etwas ruhiger und dann von Mitte Januar bis Ende Februar ist es auch deutlich ruhiger. Ja, ja. Aber krass, okay. Das wusste ich zum Beispiel gar nicht, weil bei mir war Fehmarn immer so ein Frühjahr-, Sommer-, Herbst-Ding und dann Winter halt so gut es geht ins Ausland oder wie auch immer. Gut, Oliver, ich danke dir. Das war sehr interessant, das mal zu hören. Fehmarn mal von einer ganz anderen Seite zu betrachten. Nicht nur Kiten, sondern auch die anderen Tourismusbereiche und genau, was jetzt noch so ansteht. Vielen Dank. Gerne. Und es hat mich gefreut. Gerne. Und vielen Dank auch nochmal für den großen Support hier für das Event. Gerne. Okay. Vielen Dank. Vielen Dank.